Ja, was mir noch eingefallen ist, eine gute persönliche Anekdote oder persönliche Erfahrung ist nämlich genau dieses, also das quasi auch ein wichtiges Mindset ist, dass man als junge Führungskraft oder neue Führungskraft tatsächlich mit dem Mindset reingehen muss, dass man lernt. Man ist nicht dort, um jetzt irgendwie wieder die Welt zu verändern und mit einem Schlag alles zum, unter Anführungsstrichen, in seinen eigenen Augen guten sofort umzudrehen, weil, ja, wieder, das ist nicht irgendwie, da ist keine Humility dabei und das muss der Fokus sein. Also das muss der Fokus sein, ich bin hier, um zu lernen, weil, ja, neue Führungskraft, das erste Mal in der Führungsposition, da kann ich, woher nehme ich mir das, dass ich auf einmal jetzt alles weiß. Und ich sage deswegen persönliche Anekdote, persönliche Erfahrung, weil ich ja doch dann, im Nachhinein sage ich, es war natürlich ein unheimliches Glück, dass ich mit sehr jungem Alter tatsächlich dann auch in bestimmten Bereichen Chefsrunde geworden bin und mich auch dann weiterentwickeln konnte. Aber ich zurückgedacht oder im Nachhinein darüber reflektiert war für mich der wesentlichste quasi Erkenntnisschritt acht Jahre, nachdem ich begonnen habe, in quasi so einer Führungsposition zu sein. Nach acht Jahren habe ich mir gedacht, okay, ich habe das Gefühl, jetzt könnte ich, und wohlgemerkt, da war ich auch in einer Führungsposition im Sport, nach acht Jahren oder so habe ich mir gedacht, ja, eigentlich, jetzt könnte ich richtig gut eine Führungsposition machen. Also nach acht Jahren, ja, acht Jahre bin ich da durchgelaufen und habe gearbeitet in dem Bereich und habe nach den acht Jahren mir das erste Mal gedacht, eigentlich habe ich jetzt genug gelernt oder habe jetzt so ein Verständnis für vieles entwickelt, dass ich eigentlich ab jetzt könnte ich Dinge viel besser und tatsächlich richtig machen. Nicht, dass ich jetzt alles falsch gemacht hätte davor, vielleicht Glück gehabt und auch guten Trainerstab gehabt und super Support gehabt, aber trotzdem war das einfach dieser ewig lange Zeitraum, wo ich mir dann gedacht habe, hm, jetzt habe ich einen großen Entwicklungsschritt gemacht. Und das war aber eben nur dann, nur dadurch möglich, dass ich nicht irgendwie reingekommen bin und gesagt habe, ah, das passt schon, ich bin irgendwie 20 Jahre alt und ich kenne mich aus und mache die Dinge, sondern, wie gesagt, super Menschen um mich herum gehabt, aber es war trotzdem so ein, wie kann ich besser werden, jedes Jahr aufs Neue, wie kann ich besser werden und das hat dann halt, ja, fast zehn Jahre gedauert, bis ich das erste Mal mir gedacht habe, stimmt, jetzt, jetzt könnte ich Dinge wirklich gut machen. Vielen Dank.